Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Spiel von Wolfsus und Frank Fuschmann. Melik, den muss er jetzt machen. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Er versucht's. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Melik. Lewandowski. Jetzt schießt er. Da geht der Ball ein gutes Stück übers Tor. Pidetti. Er schießt. Oh, der war ganz knapp. Das hätte die Führung sein müssen. Hat nicht viel gefehlt. Der Ball kommt. Zielinski. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kopfballchance. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Super Flanke. Markus Berg. Ja, da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Melik. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Der Ball kommt gut. Die Flanke kommt in Richtung Lewandowski. Und das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Ein Torvorsprung hat am Ende gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Und viel wichtiger als der Sieg, auch wenn der natürlich schön ist, sind die Eindrücke, die der Trainer von den Spielern heute gewinnen konnte.